Ey, müssen wir kurz sagen, passt das? 15 Runden, 3 Pokale zum Sieg oder mehr? Ja, passt schon. Jaja. Aber nicht zu viel und nicht zu wenig, ne? Ja, deswegen frage ich. Ich kenn mich da nicht aus. Ich mach jetzt hier das Intro. Moin Leute, Tarnix hier. Wir zocken nach langer Zeit mal wieder Pummelparty. Mit Chef Strobel, Reeve, Papa Platte, Basti und Fabo. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Hallerts. Ich hab noch nie mit Controller gespielt. Was? Ei, ei, ei. Hab ich ne Eins gewürfelt, hab ich das richtig gesehen? Ach so, ich hab noch gar nicht gewürfelt. Hallo, ich kann nicht würfeln. Lett hast du, oder? Ja. Das bin ja auch gar nicht ich. So fängt schon gut an. Oh Mann Alter, epic fail. Wer ist Donald Klatsch? Chef Strobel ist das, voll peinlich. Richtig unangenehm der Name. Jo, wer ist denn mit mir ins Fisch-Game eingestiegen? Wer ist jetzt hinten Fisch? Ich bin der hinten Fisch. Ich bin der hinten Fisch. Ich war richtig gut, Junge. Das ist schon der Skin, ne? Jo, direkt Geschenk, geht ja super los. Also wenn das nicht ANG ist, dann ist das Spiel kaputt. Das wär voll, das wär super low. Oh. Ich lauf gegen den Strom. Ja, vielleicht gar nicht schlecht, wenn alle da langlaufen. Ja. Weiß ich. Blut oder Schlüssel? Schlüssel. Flugzeug. Das war ein guter Play. Ah ja, das. Ah, das ist nice. Hä? Ah, ich bin orange. Nein. Muss ich das grabben? Ich bin ein bisschen dumm von mir, glaube ich, so zu laufen. Willkommen. Ja, let's go! Und jetzt wieder rüber, come on. Come on, gib mir was. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott, so close. Junge, wer ist Helpler von euch? Hi. Okay. Ah, wer auch sonst. Läuft nicht so bei mir gerade, ehrlich gesagt. Ich hol das, ich hol das. Come on, let's go, boys. Oh, nice. Nicht überfahren worden, Pogcham. Wie gierig, wer ist ja gerade gestorben. Ich. So gierig und schlecht stirbst, du witzig. Schill, 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 schill. Oh mein Gott, was ist hier, Junge? Ich schwöre, hättest du geblockt. Nein, das war ein... Gön, 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 gön. Nein, nein! War gut. Gute Runde. Nein, Fabo! Dritter. Zu dir, Dritter. Oh, die Rakete ist auch noch so stark. Ey, ich bin den ganzen Tag, in jedem Game, egal was, wir spielen, immer letzter. Musste man das mit einem bestimmten Auto bringen? Egal zu welchem Auto, oder? Ja. Ja. Todesstabil gespielt. Das ist das bessere Item, wenn wir beide Dritter sind. Ey, ganz kurz, ganz kurz. Ja. Ist es wichtig, dass man genau auf die Kiste kommt, oder konnte man auch quasi vorbei würfeln? Vorbei würfeln, genau. Mhm, passt vorbeiwürfeln. Okay. Vorbei bestellen. Oh, was denn? Oh mein Gott, warum werde nur ich getroffen? Das macht gar keinen Sinn. Ey, wieso? Wieso wurde der alten, wieso wurde der Bastel nicht genossen? Dicker. Ja, holy shit. Oh, na. Lose mich zu Fabo und Megalool, Alter. Das, was wieder kommen wird. So schnell. Wieso war ich gerade vorletzter? Ja, wie... Die... Die... Goldbachern bringen, glaub ich, mehr als das Geld, oder? Ja, Goldbachern bringen... Ja. Hast vielleicht nur die ganze Zeit Cash eingesammelt. Muss das sein? Einfach wegballern. Mmh, chillig. Das fand ich geil. Als ob... Wieso kriegt denn die Fabo jetzt die Kies? Ja, wo ich halt noch daneben. Boah. Ich glaub, ich hab drei Kies bekommen gerade. Ich dachte, ich krieg die alle instant. Wie weit jetzt keine Kiste wechseln, ne? Noch viel weiter. Moment, kid. Hm, schlecht. Ja, ich hab halt... Ja. Donald Klatsch ist am Zug. Ey, Bruder, kannst du dich im Nachhinein noch umnennen auf Steam, ja, ne? Ja, aber jetzt glaub ich im Game nicht mehr, oder? Ja, aber es wäre schon besser, wenn du es irgendwie noch schaffst im Game. Ja. Ja, Slash, ne? Donald Klatsch ist schon echt unfresh, man. Jünger, hast du bei Counter-Strike irgendwann ausgedacht? Ja, aber klar macht man sich wacken Namen, wenn man 13 war. Aber die behält man dann nicht, bis man 26 ist, ne? Soll ich dir meinen ersten Counter-Strike-Namen mal sagen? Der war noch viel peinlicher. Sag! Also, peinlicher als Chef Strobel kann's doch nicht werden. Ja, doch. Ich ist Styler-Zocker. Oh mein Gott, okay, nevermind, Alter. Und Zocker mit Cuckoo-Argen schrieben. Oh mein Gott, Bro. Oh meinst, das ist so wild. Wieso musst du aber die Stimmung so kaputt machen? Hast du so ein Game-Attack früher, vor Trimax? Ach, nein. Äh, ich hieß, äh, vor das Try war nur ein X. Sagen wir mal, hieß die X-Max, das war's. X-Max, ja. X-Max. X-Max. Also, zwei wartest du was? Ne, ich hieß Fabi 1-2-3 hieß ich. Ich war Dark-Dark-Russian-09, Alter. Doch, ich hieß mal Boogie-Bob. Das Game ist ja richtig Hardcore, was war das denn? Wo schießt man denn? In der Tasse. Auf Controller? Äh, untere X oder so. Oder A, ich weiß nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Digga, zum Glück hab ich einen Scuff-Controller. Das Game ist so müh. Oh mein Gott, die Steuerung ist so müh. Die Steuerung ist wirklich... Wer ist denn da so gut? Wer ist blau? Wer ist türkis? Hallo. Was? Wer ist denn orange? Der hat null Punkte. Ja, witzig. Nein. Ja. Lins die Gremi. Was, Fabo? Egal. Oh mein Gott. Immerhin, immerhin, immerhin. Fabo, let's go. Egal. 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 Portal ist ultra stark. Das ist stark, ja. Egal. Max hat null. Max hat niemanden abgeschossen. Ich hab gesagt, ohne Flieger-Games. Ey, kann es sein, dass die Map ultra klein ist für 6 Leute? Die ist vorhin für 4-8 Leute, glaub ich, schon da. Das ist doch 6. Ne, 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 das war die Strandmap. Ja, ich glaub, die ist relativ klein für 6 Leute. Oh. Was war das? Ich kann jemanden zu herausfordern um eine Trophäe. Oh. Ach Digga, was kriegt ihr denn alles? Das ist so witzlos. Oha. Alter, what the fuck? Digga, das war's wieder für Pummi Party für die nächsten 4 Jahre. Ja. Das ist true. Das fand ich irgendwie nice. Okay, no joke. Lila ist die beste Farbe, die es gibt. Mit Braun zusammen. Was? Der Braun ist richtig schön. Oh, jetzt macht er... Die Braun, Junge. So ein richtig... Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. No joke, wenn du... Hä, holy shit? Hä? Ah, como? Was war das denn? Wieso bist du random teleportiert worden? Mit dem Geschenk. War ein Geschenk. Ach so. Wenn du so einen richtig schönen, dunkelbraunen Hoodie hast, Digga. Braun. Oh, da kennt ihr den braunen... Oh ne, der kennt ihr den Egg bei Fabo. Oh mein Gott. Fucking awesome. Irgendwann muss mit Fabo betauschen, sonst holt sich Fabo direkt den zweiten. Ich hab 18 Schlüssel, was soll ich mir kaufen? Hast du das bekommen, Max? Nichts. Oh, tschuldigung. Lustig. Zwei. Und was krieg ich für ein Geschenk? Geschenk. Oh ne. Oh Gott. Ich call jetzt. Das ist was Basti gewinnt. Oh mein. Magst du das? Ja, ich muss das erst mal einprägen. Ändert sich das nicht, der Weg? Natürlich. Ich. Ja. Jo, wie weit macht ihr denn? Ich hab nur was hierhin gemerkt. Let's go! Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne? Nein! Oh 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 mein Gott! Oh mein Gott! Junge! Oh Gott! Es ist so unangenehm. Es ist so peinlich. Es ist so peinlich. Es ist so peinlich. Es ist so peinlich. Es macht Einschlüsselunterschied. Ich bin... Ja, trotzdem. Es ist so sad. Dann darfst du auch nochmal... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Junge! Zähl mit Trimax! Was ist das? Au! Ich glaub der nimmt dich, ja. Oh! Die Große. Sand. Worum? Kevin. Ich glaub du magst Honig. Nein, 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 nein. Hey, komm 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 komm. Honig Golem. Honig Golem. Oh ja, viele Grüße vom Honig Golem. Honig Golem. Honig Golem. Also da muss ich los. Sie ist so süß, deswegen wollen sie zu dir. Konzentrier dich, Chef Strobel. Mit der Rakete-Schlüssel, oder was? Ich glaub es ist tech. Oh nein, jetzt schlitzt er mich auch noch auf. Oh. Na, top. In Arsch, alle. Oh, bitter. Oh mein Gott. Bitter! Bittere Pille. Warum liegen die da alle noch? Fuck. Null 1er. Kevin? Loser. Ja, was ist los? Ich bin tot. Oh ne, nicht in die Kalle. Oh, safe, 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 safe. Ja, also so Angst. Dicker. So scuff. Du bist so dumm, ne? Junge, ich schwöre, ich hasse dieses Film. Kann man so schlecht spielen. Jetzt fängt es wieder an von Trimings. Hab ich ja Bock drauf. Ja, alle auf Chef Strobel jetzt, weil er so schlecht wirft. Ja, ja, ja. Geht. Äh, Bienen, Hilfe. Melon. Mach mal richtig. Ja, perfekt. Genau die Braucher, die Abrissbirne. So, wer ist denn am nächsten? Ja, Chef Strobel steht direkt einen davor. Ja, eh? Chef Strobel steht direkt zu der Kiste. Weg, Kevin. Links, unten, links. Jetzt nach links. Nach links. Ja. Chill. Los. Sehr gut. Man kann nicht in Richtung wählen. Nur durchlaufen. Mhm. Aber er ist nicht tot, oder? Nein. Und ich wette... Ich mach High Risk, High Reward. Ich wette, Danny kann alles mitsprechen. Schlechter als bei Chef Strobel kann es nicht laufen. Damage. Damage. Stopp, stopp. Stopp. Oh mein Gott. Und jetzt... Was muss ich würfeln? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Machbar. Sieben, komm schon. Weil Chef Strobel so shit ist. Bitte. Scheiße. Ah, Digga, Chef Strobel, du bist so trash. So bad. Oh, dann geht es darum, wer jetzt das nächste Game besser platziert wird, ne? Oh, wow. Ich wurde immer Sechster. Nee, Chef Strobel hat mich gewürfelt, oder? Doch, hab ich. Ich war der Erste. Doch, er war direkt am Anfang. Macht Damage irgendwie auf Chef Strobel. Warum auf mich? Warum nicht auf dich? Du bist auch davor. Weil du schon fast tot bist. Und ich kann eh nicht gewinnen. Wollen wir mal den Taktik ab? Alter, Bazzi, so smart. Ja, krank, oder? Das ist so ein 500 IQ Outplay. Super smart. Danke. So smart, Alter. Oh, Gott. Das Grief Game. Das Game ist so schlimm. Ja, okay. Was muss man da machen? Wer mich grieft, griefe ich unendlich dreimal zurück. Okay, holy shit. Welches Wort schreiben? Fuck. Wo bin ich? Ich weiß nicht, welcher ich bin. Ah, hier. Ich kann das gar nicht. Wer hat mich gegrieft? Hört doch mal auf. Ey, ihr seid solche Idioten, ne? Schon wieder ein neues. Hallo, wer grieft denn da? Wer grieft denn da? Wer grieft denn da so bescheuert? Junge. Ey, wie macht ihr das so schnell? Ey, Jungs, ich schwör... Jeets, das ist der Strobelts Nachname. Ey, wer ist, wer ist gelb? Ey, ich hab keine Lust mehr auf das Game. Das macht so keinen Bock mehr auf das Game. Kein Bock mehr auf das Game. Ich werd nur... Ich werd NUR gegrieft! Ich hab's gesagt, direkt am Anfang. Wer mich grieft, wird zehnmal unendlich hart zurückgegrieft. Das ist so dumm. Max läuft immer hinterher. Ich kann das Game gar nicht gewinnen. Ich hab's gesagt. Wer mich grieft, wird hundertmal zurückgegrieft. Ich hab dich nicht einer geschlagen, was willst du von mir? Jungs, come on. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht von der Stelle weg bewegen. Digga, ihr Idioten. Start, Max. Ich hab's! Oh mein Gott. Stark. Vierte. Das war deine Wahlchef, Strobel. Okay, wir stoppen jetzt immerhin. Hab dich nicht einer geschlagen, was willst du von mir? Ich hab nicht mal eine Person geschlagen in dem Spiel. Ich wusste nicht, dass das geht. Nämlich grieft, wird zurückgegrieft und mal hundert. Ja, zwischen euch entscheidet sich doch jetzt, wer die Kiste bekommt. Nein, jetzt hat sie Fabo. Nein, ich hab noch nichts. Oh, er hat ne... Ja. Er hat ne Rakete, aber krieg ich genug Schlüssel, wenn ich in euch reinfahre? Gleich killst du einen. Auf dem Weg. Ja, Strobel killst du. Aber es reicht, wenn er genug Schlüssel bekommt, er hat 27. Ich dropp nicht 13 Schlüssel. Ja, reicht nicht, Fabo. Ich riskiere. Ach, das ist so dumm, weil Max mich die ganze Zeit einfach grieft, Alter. Wer mich grieft hat, hundertfach zurückgegrieft. Boah, ist das... das ist geil. Das ist nicht gut. Das ist wirklich schlecht, ja? Leister Zug, Fabo. Aber du hast doch gar nicht genug. Ja, ich dachte, ich kill da jetzt beide. Oh Gott, das dachtest du? Das dachte ich. Falsch gedacht. Heilige Scheiße, das ist ja alles gewasted, was du hattest. Das ist richtig. Nachstatt Trul, willst du mich gleich nochmal griefen? Ich hab dich nicht einmal geschlagen, ich weiß nicht, was du von mir willst. Du bist so ein Psychopath, ich rede nicht mit dir. Kevin, du hast einen Shotgun. Kevin, hau die Shotgun raus, das ist One-Shot auf die Distanz. Oh, mhm. Let's go. Ey, Jungs, Jungs, Jungs. Ey, du musst... Wuuuuh, auch smart. Bisschen wir da rechts? Bisschen wir da rechts? Ja, warte mal, warte mal. Ey, warte mal kurz. Warum werd nur ich gekriegt? Ey, warum werd nur ich angegriffen? Hahaha. Okay, warte mal. Geht das so weit? Geht das so weit? Du kannst nur einen eigentlich... Auch smart? Oh, Triple Magnet? Das wär er strong. Aber das zieht ihm nicht genug. Er kann trotzdem noch kaufen. Ja, du musst einen killen. Joa. Ist egal. Ich finde das alles weg, danke. Es hat genug. Nee, hat's nicht. Wahnsinn. Aber jetzt ist Kevin reich. Und er scheißt auf alles. Ja, Mann. Ey, ist jetzt die Frage. Ihr kriegt das doch da jetzt eh, oder? Dann geh ich doch lieber rechts lang. Ja, ja. Boah, das sind viele. Hat sie mit einem? Ja, perfekt, Digga. Das hat's nicht. Oh, Wurmangriff. Ja, top der Penis, Digga. Optimal, Junge. Das ist noch Karma aus Monopoly. Oh mein Gott, shut up. Oh mein Gott. Oh. Ja, ja, ja. Alles nur durch das Geschenk, bitte. Oh mein Gott. Ja. Nee, die Peck. Trymix hat genug, oder? Ja, ey, Junge. Ich will einfach nur 10. Okay, Chef Strobel, du musst jetzt Trymix ficken. Dann haben wir uns alle gegenseitig gebumst. Jetzt kommt der Wurm. Er macht 10 Damages einfach. Er macht 10 Damages. Da kommt der Wurm. War leider nur 6. Oh. Mach Teleport. Oh, mach die Maschine. Jetzt. Geh mich, geh mich, geh mich. Gegen Trymix muss er eigentlich sein. Nein, Chef Strobel, nein. Nein. Ich nehm dich von der Autohostliste. Okay, alles klar. Das ist so hohl. Warum ging Trymix? Alright. Hey, Digga. Das ist Überhol. Ich muss den. Warum? Damit er nicht genug hat. Wenn er gewinnt, dann kriegt er. Er ist sowieso schon genug, aber. Ich schlag dich grün und blau. Ich weiß nicht, was Straßen springen ist. Was muss er machen? Das ist mein Game. Ausweichen. Oh mein Gott. Chef Strobel, du musst das jetzt gewinnen, ne? Oh Gott. Oh, oh, oh. Ganz große, ganz große Schwierigkeiten. Oh ne, Digga Scharmix gewinnt das. Das ist ein Handy-Game. Oh, nevermind. Chef Strobel, back. Come on. Tschö, Chef Strobel. Weiter so, weiter so. Stabil. Nicht zu Hause nachmachen. Oh, Junge. Oh, wild. Good job. Weiter so. Come on, Chef Strobel. Come on. Ja, schön, 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 schön. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Was macht ihr mit ihm? Oh, das ist so knapp, Vicka. Das ist so knapp. Das darf nicht unentschieden werden. Nice. Oh mein Gott. Oh, Chef Strobel, Alter. Du kleiner Licht. Ich war sau-strong, Mann. Ich krieg sie ja nur über diese Slot-Maschinen, ne? Das ist so geil. Trotzdem. Wie wir hier jetzt so patte machen können. Fuck, Mann. Ich hab sechs Punkte gemacht. Das ist eigentlich mein Game. Ich hätte hier, glaube ich, jeden Nass gemacht in dem Game. Außer Chef Strobel, wieso hast du so getry-harded? Voll unsympathisch von dir. Absicht. Erstmal runter von der Autohaus-Liste. Aber sowas von... Max, sag die ganze Zeit, wer gegrievt, also wer gegrievt wird gegrievt. Ich hab mich nicht einmal geschlagen, er macht das ganze Spiel einfach kaputt. Jetzt konnte ich mir die Kiste nicht holen. Ja, Max hat das auch. Ja. Ja, verdient. Was? Was? Ja, Kevin hat... Ja, es ist doch... Wer hat das Game aufgesetzt? Kevin, ne? Kevin hat zehn Leben, der ist direkt hoch gleich. Oh, stimmt. Oh, ja, da kann man was machen. Da kann man was machen. Ich hab zehn Leben, du hast nicht mal eins. Was? Das ist nicht irgendwie so eine Live-Schitty oder so. Jetzt ne kranke Aubergine in den Arsch. Äh, äh, äh. Echt, fickt euch doch, Alter. Warum nicht Kevin? Was? Kevin, du uns auf Kevin! Der ist! Der ist! Der ist! Good Job! Wie viel zahlt er dir? Weil Kevin da vor der Kiste steht! Oh, Upsi! Hey! Das war's mal wiederkommen. Was machst du da, Chef Strobel? Ich will nicht wissen, was denn der Mikro alles schon ist, Alter. Neuer Pop-Shit ist direkt wieder dreckig, Alter. Dicker. Direkt raufgesehen, dass man das ausprobieren kann. Ich will sicher, was? Oh, nee. Du hättest ihn halt so killen müssen, ne? Oh, danke. Da ist auch eiskalt, ne? Du verschonst dein Leben und er tötet dich sofort. Aber guck mal, Toni, du hast ja schon einen, das lohnt sich ja nicht. Ach, das ist so Karma. Ja, Karma! Und du kannst direkt mal Schlüssel abgeben. Danke, Kies! Ach, ihr habt es ne, ey. Es ist ein echt schöner Abend. Ihr seid so schlecht, alle. Kein Bock mehr, das kann doch nicht sein. Danke! Toni hat einfach wieder alles drin, das ist ein Zehn. Ja, was geht ab? Hau die, Partner. Danke für die Kies! Alle Schlüssel, geil. Toni hat alles wieder drin, WTF. Danke für die Donus-Voice. Gerne. Oh Gott! Ja, wow! Was ich hasse, ist so sehr das Game zu spielen, wie wir einen Zauberer dabei haben. Oha! Funny, funny! Funny! Harry Potter! Ich wollt grad sagen, wann kommt der erste Harry Potter Joker? Er kam da schon. Immer wieder. Oh no, ey, ich war zu greedy, ich war zu greedy. Ich hab richtig einen weggegreedet. Same. Was? Woran sterbe ich denn? Wahrscheinlich vierte, oder? Wahrscheinlich vierte. Die Abrissbirne ist besser als die Aubergine. Ja, das ist true, actually. Mann, oh mein Gott. Mann, Dick, hattest du jetzt gewinnen können. Ich war gut. Geil. Warte mal, wenn ich jetzt... Oh Gott, das war dumm. Mach ich mir jetzt selber Schaden? Ja. Und du hast deinen Kaktus verloren. Ja, ey, das weiß ich auch nicht. Digga, du bist echt ein guter Pummel-Partyspieler. Bring uns alle um, bring uns alle um. Nein, du verlierst die Schlüssel, du kriegst die nicht, wenn du tot bist. Nee, aber ich bring nur Kevin um. Irgendwieso? Das bin ich? Der Strom frisst Scheiße! Was bist du? Oh, ey. Das hat nicht mehr gereicht. Du bist so doof wie so Pummel. Nein, nein, das war gut. Ja, ey, Mann. Farbe, du bist so... Wieder ignorierend rückend. Aber du bist jetzt die ultimative Bombe. Ey, Schalix. Oh, der ist ja stark. Schalix, das ist ein Eisenwagen auf Chef Strobel, um ihn richtig zu ficken. Einfach, du bist Chef Strobel. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Auf der anderen Seite jetzt du Kies. Oh, Scheiße, Junge. Mal los. Das wäre ein Fehler, mich jetzt zu töten. Am Abrissbund auf Chef Strobel. Ich töte den Chef Strobel. So, wie können wir hier alles... Wie viele Keys habe ich? 15. Wie viel hat Kevin... Oh, Kevin. Hier ist ja richtig. Nein, 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 nein. Ey, ey, hör mir zu, hör mir zu. Ja, ja. Wenn du Chef Strobel nicht tötenst, dann klingst... Oh, Fabio, das war so geintet. Ja, ich hab... Ich bin palm blind oder so. Chef Strobel ist als nächstes dran. Wenn du mich jetzt halt kaputt machst, dann wäre ich halt danach mit Kevin... Ja, aber das ist die einzige Chance. Das ist die einzige Chance. Wie viel Trophäen hat Kevin? Außerdem, wenn der Chef Strobel stirbt, kriegst du richtig viel Cash. Nein. Kevin hat mehr Schlüssel... Das macht nur 9 Damage, Bro. Das reicht nur für... Das reicht nur für... Chef Strobel, kannst du Kevin töten? Kevin, ach du Scheiße. Das macht 9,5 Damage. Es macht nur 9 Damage. Nein, wahrscheinlich... Nein, es macht 10. Max, guck mal, wir waren doch vor allem im Team. Chef Strobel, kannst du Kevin töten? Nein. Kann er nicht. Kann er nicht. Ich weiß es nicht. Er hat viel mehr Coins. Dann muss ich Chef Strobel töten. Es macht keinen Sinn. Oh mein Gott, ihr seid so hohl. Warum sollte der Mann... Jetzt hat Chef Strobel... Es macht wirklich 9 Damage. Oh mein Gott, ich hab nicht gelogen wie Chef. Hä, man macht das 9 Damage? Es macht... Es macht so viel Damage... Ach so, lol. Oh mein Gott, ich hab recht? Was ist grad passiert? Hallo? Ja klar, das ist das... Jetzt hat Chef Strobel 2. Das ist doch richtig dumm. Das Feld ist das beste Feld in meinem ganzen Leben. Einmal so gute Monopoly gewesen. Das wäre gut gewesen. Das wäre gut gewesen. Ja, GG. Es wäre viel smarter, das nicht zu geben, Max. Guck mal, jetzt hat Chef Strobel 2. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, auch weniger. Ja, GG Anderson. Ja, und das, was wieder an der Stelle kommen wird vorne. Ich wollte dich so sehr töten. Oh mein Basti. Du hast 1 HP. Einmal einen Bogen. Ja, es ist halt Chef Strobel Dauertod, ne? Oh nee, jetzt gibt er auch noch ein Ding. Ein Ding. Jetzt hat Chef Strobel auch noch ein Ding, Alter. Das ist doch alles in der 20, 21. Nice one. Danke, Mon. Abo don't leak. Ey, Max, ne? Wenn Chef Strobel gewinnt, ist alles deine Schuld. Ich weiß, wir müssen jetzt kollektiv extrem hart töten, immer und immer wieder. Kollektiv. Und dann dachte er, öh, das ist Teaming, aber ist es nicht. Ja, stimmt. Es ist halt hier wirklich nicht, es ist halt das Game. Was haben wir denn hier in der Nähe? Mach nochmal ne 2. Du bist ein Halb schon auf dem gleichen Feld. Du bist ein Halb schon auf dem gleichen Feld. Basti ist die ganze Zeit am Spawn. Du kommst da auch überhaupt nicht weg. Wer würfelt denn dreimal ne 2 hintereinander? Scheiße, Basti. Ja, ich weiß nicht. Ich bin noch glücklich bei dem Monopolywin. Was weiß ich nicht. Ja, aber was kommt? Oh, shit! Oh. Alter! Was? Das ist ein absurder Potchab-Moment hier. Hast du das gesehen, Fabo? Aber ist der jetzt immer noch da? Der one-shotet alles, für immer. Oh, das ist ein neues Spiel. Was ist das? Ah, das ist das neue Game. Da hast du irgendwie 3 Promille und muss von der Bahn nach Hause kommen. Und so laufen die. Normaler Mittwochabend. Los geht's. Mittwochabend. Du kommst mit Stacheln, die dich töten, wenn du nicht heinkommst. Junge. Oh mein Gott. Du hast 3 Promille, Junge. Einfach vollkreis, ich schwör. Mann, Dicke, mein Typ will auch grad nicht. Ja, Arne. Was ist das denn? Egal, ich hab lange trainiert für diesen Moment. Ja, ist so. Nein, also heute läuft's aber. Boah, übelstens Comeback. Holy shit, ich bin noch da. Let's go, Boys. Pockchamp. Ich bin tot. Junge, ich hab das trainiert hier unten in Bayern. Ganz schreckliche Runde. Du. Ey, ich bin so smart. Ich bin so back. Okay, immer noch drin. Aua! Junge, nice! Oh mein Gott, das war so knapp. Holy shit. Nein, am Ende verkack ich's dann, oder was? Ja, ich bin raus, ich bin raus. Das war's. Am Ende verkack ich's dann. Ja, das war's. Ja! Trotzdem gewonnen. Zweiter, nice! Ey, wieder kein Item. Ding wird's so verarschen, du! Mann, Junge, es fack mich so ab. What the fuck, Alter. Come on, Tramex. Einfach die Birne wegknallen. Einfach weg damit. Wie musst du auch schon Schrobel machen? Ja, ging nicht. Irgendwann musst du sterben, Alter. Dafür wirst du halt sterben. Du rennst wie in den Hasen rein. Well played! Spielst du immer so? Und Schüssel gibst du noch Ast? Max, ich kann doch grad auslaufen. Soll ich rückwärtslaufen, oder was? Spielst du immer so? Mann, Junge. Basti, nochmal ne chillige 2. Ach, gib mal weg, bitte. Ich geb dir jetzt ne 3. Ich geb dir die Erlaubnis, ne 3 zu würfeln. Hä, bitte? Kaktus weg. Danke, Basti. Ich sag sogar, ne 4 wird's. Heute ist dein Tag. Du hast jetzt dreimal ne 2 gewürfelt. Was kommt jetzt? Ich hab's gesagt, 3. Ja, krass, Mann. Mann, Basti, der Wurm, hör auf. Wurm, Hase, alles greift an. Wir sind alle dauer-tot. Ja, perfekt. Und jetzt der Hase, come on. Aber ey, alle Augen auf Zettel. Zack! Ist actually keine Funktion. Oh no, Alter. Und jetzt kommt die Rache. Komm mal durch den Hasen läuft, oder was? Was? Was ist das? Hä? Das ist neu. Fractured Faces. Wow. Also jeder von uns hat einen so'n Teil quasi. Pick up und rotate. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin orange. Hä? Ähm. Ach du scheiße, Dicke. Alter, bin ich bad. Ich hab' mich auch besser eingeschätzt, bin ehrlich. Oh. Hä? 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 Da ist das Ding! Irgendwas stimmt bei mir nicht! Was? Was fehlt denn hier? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go boys! Ist es nur eine Runde oder mehrere? Komm und jetzt gönn mal ein Geschenk oder so! Ich denke mehrere, oder? Ey Dicke, wer ist denn da unten? Ist es Trimax? Hä? Bist du lost? Max alter Dicke! Ich war der Erste, der fertig war! Nein, ich war der Erste, der fertig ist! Nein! Ich war der Erste, der fertig war! Hä? Nein! Ich hatte ein Ding getwistet! Ne, ne! Also ich hab's da nicht confirmed! Der wird so krass! Kein Item! Schon wieder kein Item! Ich hab's hier so nicht hinbekommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Shut up! Ich war so krass gut, ne? Guckt mich jetzt der Wurm, oder was? So bad! Ich hab's so lang gebraucht! Wir dürfen einfach und laufen den Hasen zum dritten Mach! Nein! 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 Und wenn du das alle machst! Ey, die ist schon wieder an dem... Mann, Digga! Warum machst du das, Digga? Warum machst du das, Digga? Sorry, soll ich... Er tötet sich doch nicht sauber, Alter! Bei einem Game, wo man random ne Würfel wirft! Warum machst du das, Digga? Aber du kannst mit Basti wechseln! Und er ist wieder hinten und würfelt nur ne 2! Ich Idiot! Ich komm zurück mit den dreien! Oh Gott! Das Game ist so random! Geil, geil, geil! Äh, wer ist hier bei mir? Toni, lass mal das hier rüberwerfen! Worüber? Links! Ey, wir müssen gegen die anderen kämpfen! Wie los bist du? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das hier? Wir müssen das rüberwerfen! Hä? Wie tötest du uns denn? Wer ist das? Ja! 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 Junge! Nein! Oh mein Gott! Ich bin so Müll! Basti, wir hätten nur auf die andere Seite werfen müssen! Basti, wir hatten eine Insel zu zweit! Und du hast dich selber gesprengt! Ja! Das war so schlimm! Okay, Fabo, halt! Was? Ich war für ein Psycho und ich auf meiner Insel! Der hat uns beide in den Tod gerissen! Bad man! Basti, Statement! Man muss dich fester auf die gegnerische Insel werfen! Junge, du bist doch auch mein Gegner, WTF! Dann hab ich die Insel alleine, bin Zweiter geworden! Du laberst auch in Müll! Was ist denn, ne? Man muss rüberwerfen! Dann wären wir Erster und Zweiter gewesen! Ich bin Zweiter geworden! Ich bin Zweiter geworden! Entschuldige dich! Erster! Du wärst safe Erster geworden! Mann, was du solltest! Basti, kannst dich bitte entschuldigen? Mach ich nicht! Ah, er macht nicht! So ein Hund! Werd ich dir nie verzeihen, Basti! Was? Das ist jetzt mal verdient! Basti, kannst du dich bitte entschuldigen? Ich bin enttäuscht! Wieso kriegen hier alle Thronen wie sonst was? Kupale! Ja, weil ich dich gerade gekillt habe in der Runde! Erster wär noch stärker gewesen! Was? Direkt daneben? Was? Fuck in Yolo! Abfahrt! Ja, Gottverdammte Polar-Express, Freunde! In den Hasen! Der Hasen kommt immer wieder! Bei Toni bringt dich der Hase um? Ich glaub's! Kannst du noch würfeln? Kannst du noch würfeln? Nein, ich glaub der Hase killt mich! Das ist dieser andere Portion Moment! Bist du das Favorit? Ich liebe mein Leben! Mein Leben ist awesome! Gut gespielt, Kevin! Ach, Kevin! Junge, ich hasse es! Was sag ich mit Donald Klatsch? Was ist mit mir? Er wird immer ganz ruhig, weil er denkt dann... Das ist der größte Joke! Ja, lass dich schwimmen! Stop, stop, stop! Chillig! Oh! Hier hat's der Strubel bestellt! Moin! Er will, dass wir ihn vergessen, dass er jetzt nicht gewinnt! Na, ärgert sich der Strubel? Nee, der Hasen wird mich killen! Zola 2 Geschenke! Dicker Alter! Cringe Strubel! Moin! Hat jemand ne Abrissburne bestellt? Junge Alter! Ey, bitte, bitte! Vielleicht greift er auf Kevin? Das wär nun schön! Bitte! Ihr müsst alle auf die Show gehen! Ich mach das! Nein, nicht auf Kevin! Nein! Das dritte Mal! Triple Kill! Mann! Digga! Es ist so ein Müll! Fabo Stabil! Stabiler Hase! Stabiler Hase! Ja! Stabiler Hase! Oh, das Game ist so verbuggt! Das ist eine verfickte Scheiße, Alter! Man drückt immer und der kommt nicht dahin, wie man möchte! Das ist so genau das! Ja, ne? Ich war mir schon auf die Donations morgen, wo Leute sagen, wie scheiße ich in den Games bin, in einer der PogChamp! Ah! Du kacke! Eeeeeeasy! Was mach ich denn gerade? Eeeasy! Let's go, Boys! Let's go! Dunkelblau! So schlaue Taktik! Oh mein Gott! Nice! Wie hoch geht das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! So bad! Oh mein Gott! Oh mein Gott, bro! Oh mein Gott! Fuck, man! Let's go! 2. Solide Ja, es läuft gerade richtig Ach, Dicker, ist ein Scheiß Immer besser als was Achso, jetzt kriegen natürlich die dritten wieder ein Item Ich war doch Zweiter, oder nicht? Oh mein Gott, Digga Ist das Game jetzt vorbei? Der Wendstand Strobel, wieviel hat er gewonnen? Du musst den Strobel töten, das ist vorbei Zweiter hat er gewonnen Du musst das Portal machen, du musst das Portal machen Du musst das Portal machen, ja Du musst das Portal machen Und dann müssen wir dich killen Nein, nein, mach Portal, Portal Das ist zu Ende Nein, Geschenk wäre scheiße, weil dann hast du gewonnen Das wollen wir auch nicht Der Strobel ist ein vor dem Paket Es ist jetzt sonst einfach zu Ende Ist er Zweiter geworden? Ja, ne? Ja, ist er Er ist Zweiter, ich bin Dritter, ich töte ihn gleich Das wäre jetzt die falsche Entscheidung, Fabo Das ist die richtige Entscheidung Und jetzt brauchen wir irgendwas, was Fabo tötet Das müsst ihr alle haben, was hat zum Fabo tötet Das habt ihr aber nicht, Wodfuck Strobel, schau, ob du Fabo tötet kannst Ne, kann ich nicht Teleportiere dich nochmal zurück Nein, 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 das ist dumm Was? Nein, der Teleport ist safe Oh, 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 oh Er hat, er hat... Ah, Gameback Oh mein Gott Oh, ich dachte, er hat's Oh mein Gott, ich dachte, er hat's Oh, ich dachte, ich habe mich gekriegt Ein Teleport, ich bin auf alles gegangen Ja, TP hätte mir nichts gebracht So, das bin ich Müssen wir jetzt Fabo damagen Ja Oder benutzt du das Geschenk und du tauschst mit ihm und holst dir das Ding Oh, wir müssen Risiko, wir müssen Risiko Ja, habe ich auch auch Risiko gemacht, Junge Oh, Risiko Ah, nein Na, das war's, GG Oh, Gott Oh, Gott Kanonenkreis Aber du bist auch lucky, ne, Fabo, entschuldige dich bitte Warum kann man denn zweimal Minigames wählen? Wieso geht das überhaupt? Ja Ich muss weg von dem Hasen It's over Ja, oder ihr fülle mich noch, die Runde ist noch gar nicht dran Fabo muss nicht fülle werden Wir müssen gleich in der nächsten Runde Fabo extrem behindern und Dauerstun Ich habe nichts Wir müssen team, sonst ist es vorbei Ja, ne vier, geil, und ab in die Falle, Junge, ich bin nur ein Blumen Dicker, Alter Scheiße Ich werde nur gefickt, das komplette Game, ey, es ist Nojo so frech Junge, Toni läuft immer mit dem Hasen hinterher Äh, Abrissbirne, ja, sauber Bringt das was ab, Fabo? Ja, ein bisschen, wir müssen Damage schon mal anfangen Für die nächste Runde gleich Sehr gut Vorhin hat's neun gemacht Ja, aber die macht zehn Ah, schlägt der Hase, kipp mich Ne, ich glaube, der kann nur auf drei Felder Ich glaube, der kann nur auf drei Felder Könnten jetzt vier sein, oder? Oh, das sind drei Felder, Mist Junge, ich mach dich nicht richtig geschorben, Alter Scheiße Die meisten kippen sind einfach nur da, scheiße Das war direkt vor meinen Augen Einfach das ganze Blut auf der Fall Ey, jetzt müssen wir Fabo fertig machen Alle auf, na, geht nicht Scheiße Geht nicht, jetzt geht nicht Man kann nicht springen, oder? Man kann nicht stunnen, man kann nicht springen Ich übergebe mich Oh mein, weil ich hab beinahe was gesagt Oh, wenn das Fabo gewesen wäre Aber Plattenzip Die Fabo da alleine rumrennt Was? Oh, nein! Was? Ja, was? Wie schlecht! Oh mein Ey, hast du die Hitbox gesehen? Die Hitbox ist doch übel verpackt Holy shit Die Kugel war ganz woanders Let's go, baby Da ist das Ding Fabo vor, letzter Damage, 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 Damage Ich hab kein Damage Ich muss das Geschenk jetzt einfach reinlacken wie ein Mann Haben wir uns allen nicht geklappt, bei dir auch nicht Bitte gönn einfach Hm, Monopoly Gott Das wär gut, das wär wichtig eigentlich jetzt Ja! Junge, wie viel Glück Ey, lass mal ohne Fabo spielen nächstes Mal Mann, Dick, ich hab das so verdient gehabt Drei Stück, dreimal Game auswählen Wie lucky kann ein Mensch sein? Ich hab das vergessen Portal Ja, cool, gutes Timing Ich mach's Ich opfer mich fürs Team Oh mein Gott Er hat noch halbeste Er macht's Er hat alles, aber dann müssen wir Chef Strobel umbringen Nee, jetzt müssen wir Chef Strobel umbringen Nee, ich bin durch Also, ich kann eh nicht mehr Aber ich hab's fürs Team gemacht Ich hätte auch noch das Geschenk nochmal usen können Und dann hätte Fabo gewonnen Das Ding ist, du würdest mich jetzt aber zu 100% töten Und davor hätte er mich nicht getötet Weißt du, Max Die Wahrscheinlichkeit ist so bei 30% Dass du's geschafft hättest Und das heißt, du hättest zu 70% verloren Max, du musst Chef umbringen Hallo Ciao, ciao, ciao Und dafür verlier ich jetzt aber elf Schlüssel Das ist halt ziemlich, ziemlich eklig Es ist trotzdem smarter Komm her Dafür bist du jetzt bei mir Chef Ist doch auch cool Easy Mach fünf muss ich machen Weil du hast jetzt dieselbe Wahrscheinlichkeit für das Paket Aber wenn es falsch geht, hast du nicht verloren Oh, Trials bekommst Geil, von mir? Ja Echt jetzt? Voll nice Danke an alle, die ich glaubt haben Ey, kann das bitte jetzt direkt vor meinem Gesicht sein? Der sagt wieder Jubel Alle in Trimex Chat bitte einmal schreiben Jubel und Freude Ja, das ist auch wieder, also Wieso wirst du das, Basti? Ein Feld in der Basket Junge, ganz ehrlich Ihr fragt das ganze Game schon, wer ich bin Ey, aber wisst ihr, was ich vergessen hab? Äh, was ich vergessen hab? Ich hab auch noch ein Geschenk Oh nein Oh shit Oh Gott Oh Gott Oh nein So, er macht sich so unsympathisch Oh nein Oh nein Oh nein Nein Vier Mal Games Vier Mal Games aussuchen Das sieht zick aus Ey wirklich, ich spiel dieses Game nie wieder Ich hab so Pech heute Ey, sag mal hier Fünf Mal Game auswählen Fünf Mal Die Katz zum Glück Donne, Alter Ich werde auf jeden Fall Fabo damagen, dass er auf jeden Fall nicht die Truhe bekommt Die letzte Runde, Chef Strobel, wenn du mal die Augen aufmachen würdest Was war? Oh nein Oh nein White Chef Strobel hat auch ein Geschenk, ne? Aber er hat zu wenig Schlüssel Ähm Ja, du musst die Auberginen auf Dingswerfer auf, Fabo Du musst dir auf Fabo, oder? Die geht nicht soweit Doch, natürlich, die geht soweit Aufhören, Chef Strobel Es geht soweit, los jetzt Nein, die geht soweit Okay, warte mal, warte mal Die geht auf jeden Fall soweit Also, warte mal, Fabo ist da Hat noch jemand Damage? Oh, die hat noch Damage Ich hab auch eine Kugel Ich hab auch eine Kugel Ich mach's einfach mal vorsichtshalber Schaden kann's nicht Springen am besten dabei, dann bist du schneller Naja Nein, schaffst du Easy, gut gespielt Bam Headshot Mach Headshot, spring hoch Okay Okay, das war 15 Damage Schön, jetzt muss nur noch jemand von euch 15 Damage machen Dann haben wir's Ich kann ihm noch 10 Damage geben Ich hab kein Damage Ich kann teleportieren Das war dumm Ich hab übel gefehlt Aber ihr tötet Fabo einfach jetzt Lecker, komm, warum? Finde ich gut Lecker Was kriegst du? Uh, den musst du jetzt reinhauen Zwei Items einfach Also, Kevin hat noch keinen Dings Man hat das zu wenig Schlüssel Das ist ein bisschen unfair Pfff Okay, wenn das auch Lust Max, schau mal Wegen dir gewinnt der Chef Strobel Das ist so auf deine Kappe schreiben, wenn Chef Strobel gewinnt, Alter Der wird nicht gewinnen, der kann das Spiel nicht Ah, cool Das ist die letzte Runde Das ist die letzte Runde Wie, das ist die letzte Runde Ja Der Rest oben steht 15 Minuten Ja, wow Oh nein Wir hatten die Runden nicht an, damit das gemacht Oh Gott Wer hat das eingestellt? Ich habe doch gefragt und gesagt, dass wir das machen Und jetzt ist das Oh no Also bringt jetzt ja nichts mehr Nee Alles kaputt Oh nice Ey, jetzt habe ich extra das Ding gemacht Das ist so Wahrscheinlich bin ich schuld Ja, Fabo Ich habe gar nichts Wollte, magst du nicht auch Raft spielen? Um 12? Ja, ja Ich hätte wahrscheinlich noch gewonnen Ja, same Hätte ich noch Hätte ich noch gedreht Drei Toll, tolles Medipack Die ganze Vibe ist jetzt kaputt Der ganze was? Die ganze Vibe Was für ein Vibe? Weiß ich nicht Wollen wir was sagen? Wollen wir was in die Runde werfen? Was sagst du? Gibt es noch ein Zapotter Pokale, Pokale Ich hätte so und so gewonnen So, jetzt habe ich es gesagt Ich hätte safe gewonnen Ich hatte noch ein Geschenk Also Fabo hat eh gewonnen, weil er hat wahrscheinlich durch den Hasen am meisten Damage gemacht Ja, stimmt Ey, warte mal Ja, okay Das ist halt der Runde Aber normalerweise zählen wir die nicht dazu Postchamp Loser Schaden am meisten Das ist an Fabo Fabo Moin Ja, Postchamp Oh, Loser Oh, er kann fliegen Zeig mir dir Gewonnen den Schlüssel am meisten Gewonnen den Schlüssel am meisten Das können nicht sein, das können nicht sein Wow Wow Nice, Postchamp Wieso habe ich noch nichts bekommen? Egal was ich bekomme Ich kann eh nicht mehr gewinnen Wir gewonnen den Minischlermeisten Oh Oh Buh 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 Schmutz Ich glaube, das ist noch der dritte Platz Ich habe nicht einen Pokal Ich glaube, das ist Es ist vorbei Ihr wolltet doch nicht so lange Ich bin dritter Alles gut Alles gut Nice, ich bin im Gefängnis Ich bin letzter Ey Leute, lasst mal alle im Gefängnis ihm schlagen Ja, lass mich machen Alle kämen schlagen Los, schlag mich alle zusammen Komm, schlag mich, die kleinen Würmchen Würmchen Aua Hau dir voll einen ins Maul Wenn er im Knast ist Hau dir voll einen ins Maul Wenn er im Knast ist Ey, wie kann man so einen Also null plus nach den Awards Immer noch null ist halt schon schlecht So Ne, ist ja okay Hat ja Spaß gemacht Aber es geht halt nicht nur um Spaß Sondern auch Aber es hat Spaß Und Pokale Magst dein berühmter Spruch fehlt noch Was ist das? Learn to play Das ist überhaupt nicht mein Spruch Das hab ich noch nie gesagt Was laberst du das voll Du musst voll die Abmoderation zerstören damit Ey Leute, das war mega nice Wir sind weg Aber das war krass, okay?